Also da muss man schon was sagen. Respekt. Also, ähm, ich glaube, das ist ein guter Trainer. So, aber ich wollte nur zum Tippspiel und YouTube-mäßig was sagen und nicht über Fußball reden. Daniel, lenke dich nicht selbst ab. Ja. Oh, und jetzt gehe ich wieder. Zu viel. Oh, ich will das nicht. Mann. Das regt mich so auf. Das regt mich so, wow, hart auf. Ähm, ja, aber wie gesagt, Tippspiel könnt ihr euch echt drauf freuen. Ich weiß nicht, ob zu diesem Zeitpunkt jetzt schon die Saisonprognose kommt. Also, wo ich halt eben Platz 1 bis 18 tippen, ein bisschen Vorreden so gesehen vor der Saison. Dann kommt das DFB-Pokal-Video eben zur ersten Runde. Und dann kommen halt die Tippspieltage. Und da kommt ja so Ende August, Anfang September, dann ein Video zum Champions League. Oder vielleicht, ja, erst so Anfang September könnte auch gut sein. Warte, habe ich, was habe ich denn gerade gesagt? Ende August, Anfang September hoffe ich, oder? Also, das wäre witzig gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte. Ende August, Anfang August irgendwie so. Das wäre witzig gewesen. Ja, aber soviel dazu. Ne, aber wie gesagt, also nach Tomb Raider eine andere Story, let's play. Minecraft Adventure Maps soll natürlich weitergeführt werden. Aber, soviel kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig komplett durchziehe, weil ich möchte die Adventure Maps so hingehend dahin nutzen. Hm. Sorry. Wenn es zum Beispiel Länderspielpause ist oder eben Sommer- oder Winterpause, da ist es immer am besten geeignet, weil dann für euch so gesehen auch ein Ersatz mit da ist zum Fußball gucken, Fußball verfolgen. Ähm, deswegen wird dann womöglich so ab dem, ich sag mal so, vielleicht so 15. 16. August, wird dann, äh, die Adventure Maps nicht mehr kommen, weil dann ja Saisonanalyse erst kommt, da vielleicht dann noch, aber vielleicht nicht täglich, ähm, und äh, dann kommt DFB-Pokal-Video, dann Tippspiel und da wird es dann halt nicht mehr kommen. Dann kommt aber ja auch schon fast diese Länderspielpause und, ha, eigentlich ist das so ein perfektes Thema, um jetzt darüber zu reden, aber ich möchte bei Minecraft Lost nicht über Fußball reden, aber ich frag mich, wie jetzt dieser neuer Modus funktioniert, wo er ausgemacht wird, wer spielt bei der Europameisterschaft mit, die ja in 12 verschiedenen Ländern stattfindet. Ähm, ja. Man ey, ach. Aber das muss man ja mal echt sagen, das Wetter ist einfach nur so übertrieben heiß. Also das ist, ich sitze hier an meinem Stuhl und sowas hört man nicht gerne, aber es klebt halt. Ich schwitze, obwohl, obwohl man es mir vielleicht nicht ansieht. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr trinken bei solch einem Wetter. Aber dieses Wetter macht auch eins so müde. Okay, ich nehm's zurück. Ich müh, ich, ich gähne. Ich gähne, aber nicht, weil zu wenig Wind reinkommt, weil ich glaube, ich habe hier genug Wind. Es ist aber mit das Wetter. Nein, ich gähne nicht. Oh Mann ey, so schlimm. Ich würde euch gerne gerade was zeigen, aber... Obwohl, wartet mal. Ähm, passt mal auf. So. Guckt mal. Ich hoffe, ihr seht das. 68 Bruchstein Minecraft Lost. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. So, ich hoffe, alles ist wieder gut. Hallo? Ähm. Dieser Schwamm hier ist eigentlich für meine Tafel, aber es geht halt nicht weg. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt weg geht. Deswegen will ich das hier weg haben. Und, ähm, ich möchte sowieso noch in diesem Jahr mein Zimmer umräumen. Auch aufgrund von Streams, weil ich auch vermehrt streamen möchte, weil das... Megaspaß macht, muss ich zugeben. Also, das Stream macht echt Spaß. Ich muss, glaube ich, die Kamera... Wo? Oh, sorry. Ich glaube, da war es nicht so. HOFFE ICH! Mach mal lieber so. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt alles gut. Hallo? Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verstellt. Das wäre jetzt echt dämlich. So, ich habe ja jetzt so viel gelassen, um dann hier so zu machen. Eigentlich reicht es, wenn ich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Und dann ab hier. Ja, das ist echt vollkommen. Das ist echt vollkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, 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 sechs... Das müsste jetzt von der Breite hier richtig sein und jetzt einfach noch die einschlagen und dann dürfte ich hier gleich den Gang sehen. Ja. Okay. Boah, das klebt aber auch so selbstschuldig, als ob die Hände hier auf meinem Schreibtisch ey, so. Das backt halt. Das ist nicht gerade schön. Musik, genau, auch noch mal ein Thema. Nicht Musik, Musik her, sondern Musik vom Minecraft Lost her. Die ganzen Lieder habt ihr jetzt natürlich schon rauf und runter gehört. Die Lieder bleiben. Soviel kann ich schon mal sagen. Ich hoffe ihr seid da jetzt nicht irgendwie sauer oder enttäuscht. Weil ihr jetzt so dachtet, boah geil neue Musik. Ich möchte mit euch gemeinsam eine Playlist erstellen. Beziehungsweise gucken, was für Lieder wir da aufnehmen. Es soll nicht gesungen werden. Soviel ist schon mal klar. Sondern ich möchte so von, ja ich sag mal so Game, also so von Videospielen halt so schöne Musik, so wie jetzt hier von Orient Supply Forest oder von Minecraft, die haben wir ja mit eingefügt. Oder von, was haben wir denn dann noch, Staxel. Also ich möchte halt nicht in dem Sinne Musik entfernen und nieder mit Gesang hinzufügen. Sondern eher so halt nach Musik gucken, die man mit einbauen kann. Und ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt immer sagen, oder mach mal so einen kurzen, oder mach mal einen Livestream. Wo wir gemeinsam nach gucken. Also hätte ich auch nichts gegen. Ähm. Ja. Aber das könnt ihr mir mal gerne schreiben. Ähm. Wie ihr es sonst sehr sehr gerne hättet. Ja. Soviel soll gesagt sein. So, ich nehme jetzt 50 Minuten auf. Und so. Plus Minus. Ein bisschen. So. Ähm. Ich muss natürlich ein bisschen voraufnehmen. Das ist klar. Genau. Hiernach kommt natürlich wieder eine Timelapse. Soviel soll schon mal gesagt sein. Und äh. Ich werde da halt natürlich wieder minen gehen. Wo weiß ich schon noch nicht. Ich denke mal, ich werde einfach irgendeinen Weg. Und ich denke. Passt auf. Ich stelle euch jetzt vor. Ihr müsst das jetzt im Kopf mitgehen. Wir gehen die Treppe runter. Da bei uns. Und dann ist links. Rechts. Geradeaus. Wir haben geradeaus angefangen. Dann links. Dann rechts. Und ich würde sagen, wir gehen weiter geradeaus. Easy peasy. Und dann gehen wir irgendwann wieder links. Und dann gehen wir nach rechts. Bis ins Unendliche. Einfach nur. Bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Und warum ist hier wieder Eisen? Auch geil. Eisen. Der wird mir den Weg ins Ende weisen. Eisen. Eisen. Der wird mir den Weg ins Ende weisen. Oh Eisen. Ich liebe dich. Du bist einfach so nützlich. Eisen. Eisen. Du würdest mir den Weg ins Ende weisen. Unterstützt mich mit Materialien. Und im Reilerauf fällt mir grad nicht ein. Und im Reilerauf. Bis zum nächsten Mal.